Ein optimierter Arbeitsprozess muss nicht notwendigerweise ein super effizienter Arbeitsprozess sein oder beziehungsweise in der Entwicklung von Teams. Diesmal haben wir uns einen kleinen Artikel zurechtgelegt, den wir besprechen wollen beziehungsweise eher so als Sprungbretten nutzen wollen, um vielleicht in andere Themen hineinzukommen. Grundsätzlich geht es um so etwas wie eine Weekly Scorecard, die man in seinem Team, speziell vielleicht in seinem Remote Team einsetzen kann, um alle am Ball zu halten sozusagen. Vielleicht gleich die erste Frage, mit der wir einsteigen können. Was ist ein Weekly Scoreboard und wieso wäre das denn überhaupt notwendig? Ob es jetzt ein Remote Team ist oder kein Remote Team, das lassen wir mal dahingestellt, aber so Scorecard, da bin ich immer etwas skeptisch, weil für mich das sehr schnell abdriften kann in diese ungesunde Produktivitäts- und Effizienzkultur, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich finde es ein spannendes Thema und ich bin noch nicht ganz sicher, was Sie damit meinen oder ob der ganze Artikel einfach mehr aus der künstlichen Intelligenz des Verlages sozusagen gestanden ist. Schreibe uns doch mal gar einen Artikel, vier Absätze bitte und dann hätten wir gerne das Stichwort Remote Arbeit und Produktivität drinnen vorkommend. So kommt es ein bisschen vor. Es geht darum, ja, das ist doch kein Problem, du machst das einfach strategische Ziele und du teilst alle daran und dann kriegst du resultatorientiertes Arbeiten von deinem Remote Team. Und ich meine, wenn du sagst die Scorecard, ich meine, natürlich erinnert es mich ein bisschen an agiles Arbeiten, was natürlich super modern gerade ist und vielleicht schon wieder seinen Zenit sogar ein bisschen überschritten hat. Ich meine, wir haben natürlich auch zum Beispiel in der Arbeit unsere ein- oder zweiwöchigen Sprints. Aktuell sind es wieder zweiwöchige Sprints und man könnte natürlich argumentieren, dass die Frage, ob wir alle unsere Tickets in dem Sprint abgearbeitet haben, so eine Scorecard ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass unser Business da halt sehr so gut sich anlehnen lässt an eben an Tickets und an Aufgaben und klar, dann machst du mal eine Aufgabe und die ist dann erledigt und es gibt nie oder quasi nie so Routinetätigkeiten, die du irgendwie jede Woche tun musst, jedes Monat tun musst etc. Sondern es ist einfach, okay, wir wollen dieses Feature integrieren, dafür muss ich erstens, zweitens, drittens tun. Und wenn du das getan hast, ist das Feature fertig und dann kannst du einen Haken drunter machen. Und dann hast du dieses Scorecard zu 100% erfüllt. So wie du das jetzt beschrieben hast mit, ja, und, wir, wir, weiß nicht, warst du fleißig, warst du oft genug vor deinem Computer, warst du rechtzeitig pünktlich zu deinen Meetings und wenn nicht, kriegst du minus zwei Punkte und wenn du pünktlich warst, kriegst du plus einen Punkt oder, also ich weiß nicht, was in so einer Scorecard drinnen stehen könnte. Es gibt einige Ideen, die mir da einfallen würden, die ich, glaube ich, nicht so als eine tolle Führungsstrategie sehen würde. Die Ideen, die du auch gerne gleich wieder vergessen würdest, weil sie einfach nicht so sinnvoll sind. Ja, ich meine, an sich ist, wie du es schon gesagt hast, ist der Artikel so ein bisschen ein Überblicksartikel, wo natürlich es nicht klar wird, was mit den Scorecards genau gemeint ist. Und ich gebe dir vollkommen recht, also es macht natürlich Sinn, eine gewisse Accountability zu haben für bestimmte Projekte oder Arbeitsprozesse. Aber es sind halt irgendwie, die Kritikpunkte sind halt vielleicht, dass es sehr schnell abdriften kann in, sag ich mal, ungute Prozesse, die wir immer wieder erwähnen. Also wenn ich jetzt ein Scoreboard sozusagen nehme, auf das ich vielleicht nicht die richtigen Metriken nehme, wie du es jetzt schon gesagt hast mit, ja, war ich pünktlich da, habe ich meine 8,5 Stunden brav vor dem Computer verbracht oder sonstiges, dann ist das natürlich sehr schlecht, so ein Scoreboard auf sowas aufzubauen. Und auf der anderen Seite dann diese Scoreboard wöchentlich reviewen zu müssen wieder, kann halt auch in einem schlechten quasi weiteren Denk- und Arbeitsprozess führen sozusagen. Das heißt, da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass man das nicht übertreibt mit dem Scoreboard, dass man die ganze Arbeit und den Erfolg des Teams nur auf so ein Scoreboard irgendwie runterbricht. Und was natürlich richtig ist und auch wichtig ist zu wissen, ist, welche Metriken man halt für sein Team festlegt und wie man diese quasi überprüft. Aber ich glaube, da kann man sehr schnell abdriften in quasi ein bisschen Micromanagement, wenn man dieses Scoreboard zu detailliert macht und dann ständig hören möchte, ob man alle Checkboxen irgendwie geschafft hat bei dem Scoreboard. Ja, also Micromanagement wäre das eine Stichwort und wir wissen alle natürlich, dass das, ich meine, manchen taugt das, aber ich glaube, es ist ein eher überschaubarer Anteil. Was mich noch erinnert hat neben Micromanagement, ist halt eher so die Haltungsfrage dahinter, die uns natürlich oft beschäftigt. Aber auch da möchte ich wieder mal McGregor hineinbringen, der die X- und Y-Theorie hat, wo er einfach beschreibt, dass durch Vertrauen und durch Gabe von Autorität und Verantwortung halt so ein positiver Kreis in Ganglauf gesetzt wird. Und auf der anderen Seite, wenn du halt deinen Teammitgliedern nicht vertraust und ihnen eher misstraust und dann dementsprechend sie sich dann denken, naja, wird er eh schon schauen, dass du dann halt so eine Teufelsspirale in Gang setzt, die nach unten geht. Und ich habe das Gefühl, wenn du da so eine Scorecard aufsetzt und die noch mit den besten Intentions vorantreibst und da halt wirklich vielleicht noch ein paar gute Ideen hast am Anfang, die Gefahr, wie du gesagt hast, dass da dann irgendwelche Dinge oben stehen, die erstens nichts mit der Leistung zu tun haben auf der einen Seite, auch wahrscheinlich nicht viel mit dem Output auf der anderen Seite, aber du dafür den Leuten mächtig auf die Nerven gehen kannst. Ich glaube, diese Gefahr ist einfach riesengroß und das wird das Ganze dann zu einem fürchterlichen Vehikel machen, einem Werkzeug, was dir unglaubliche Unzufriedenheit ins Team hineinbringen kann und gleichzeitig aber der Mehrwert wahrscheinlich überschaubar ist, wenn du einfach es geschafft hast, eine vernünftige Vertrauenskultur aufzubauen, wo klar ist, dass die Leute an ihren Sachen arbeiten und du eben nicht davon ausgehst, dass die alle jetzt im Homeoffice zu Hause eh nichts arbeiten, um mal den Elefanten im Raum anzusprechen. Ja, das ist ja dieses Empowerment-Thema, was da irgendwie dann ein bisschen zu kurz kommt bei so einer Scorecard, wie du auch gesagt hast, also Verantwortung geben und so ist ja genau der Punkt, der das dann wieder den Schuss nach hinten losgehen lässt, wenn ich gerade in einem Remote-Team nicht die Verantwortung übergebe, quasi die Prozesse selbstständig zu managen sozusagen für die individuellen Teammitglieder, dann wird da immer Unzufriedenheit hinten rauskommen, weil dann fühlt man sich ja erst recht beobachtet in der vielleicht eigenen Homeoffice-Phase oder halt in diesem Remote-Setup, was vielleicht in manchen Unternehmen sowieso schon irgendwie passiert ist die letzten zwei Jahre, wo halt irgendwie diese Beobachtung vielleicht größer geworden ist, aber genau dort muss man halt dazu sagen, ja, und da muss man die Kultur ändern, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass dort keine Zufriedenheit war in der Remote-Arbeit und ich würde auch mich vielleicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es war auch nicht besonders gut, was dort hintenrum an Ergebnissen rausgekommen ist, weil diese ganze Kultur schon so negativ umgesetzt wurde, weil man ständig irgendwie online sein musste und man musste ständig erreichbar sein und man musste vielleicht irgendwelche Scorecards ausfüllen und die jede Woche besprechen und hat dann nicht einmal an seiner Arbeit so richtig arbeiten können, sondern war eher damit beschäftigt, diese Scorecard zu machen. Und was halt bei dem Antikel vielleicht auch noch zu erwähnen ist, also der Seite kurz, den verlinken wir natürlich in der Beschreibung zur Folge, dass sobald man irgendwie ein Werkzeug hat, das sich mit vier, wie sagt man, zusätzlichen Punkten erst erklären lässt, nämlich, ja, das ist für jedes Team unterschiedlich, ja, und das hängt natürlich von den strategischen Zielen ab, ja, das hängt natürlich von den Prozessen im Gesamtunternehmen ab. Und sobald da so viele Punkte dazukommen, muss man sich halt schon die Frage stellen, ob dieses Tool dann überhaupt sinnvoll ist, weil wenn ich das dann sowieso letztendlich, wenn ich das alles durchdenken würde, würde sich herausstellen, das, was du vorhin gesagt hast, naja, im Endeffekt geht es darum, die individuellen Teammitglieder sinnvoll arbeiten zu lassen, so wie es für sie am besten ist, ohne Druck und mit genug Unterstützung, so dass sie ihre Arbeit wirklich erfolgreich machen können, naja, dann brauche ich ja keine Scorecard, die übers Team gehen, selbst wenn ich mir die, unter Anführungsstrichen, gemeinsam mit dem Team ausmache, weil, was ist dann der Punkt? Also, hoffentlich verfolgt das Team ein gemeinsames Ziel, aber halt nicht auf der individuellen Arbeitsprocessebene, also da bin ich dann wieder sehr skeptisch. Ich möchte nochmal auf den Fokus zurückkommen, den das vielleicht hat oder eben nicht hat, weil wir haben vorhin schon die agile Arbeitsweise angesprochen und in den meisten agilen Vorgehensweisen ist viel Platz eingeräumt für diese Retrospektive, für das darüber Nachdenken, für das Reflexive, was so im Team passiert ist und eben auch diese Teamprozesse beinhaltet. Also, ich konnte diesen Sprint oder ich konnte diese letzten zwei Wochen gut arbeiten, weil das hat mir geholfen, dass du das und das irgendwie gemacht hast, dass die Kommunikation an der Stelle gut war, was nicht so geholfen hat, war und wir sollten damit aufhören, dass wir dieses und jenes tun. Also, so diese klassischen Fragen, mit was sollten wir starten, was sollten wir aufhören, was sollten wir beibehalten. Da kannst du auf einer Metaebene über Teamprozesse sprechen, da kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, wo hakt, wo sind auch so Hindernisse im Weg des Teams und dann als Führungskraft kannst du dann dafür schauen, dass du diese Hindernisse einfach aus dem Weg räumst und wegbekommst, damit diese Leistung möglich ist. Und diese Scorecard, die erinnert mich halt die ganze Zeit so an nach innen hinein und schauen und warst du jetzt wirklich lang genug, ich meine, nicht, dass das vielleicht in einer Scorecard steht, aber es ist oft dann nicht die großen Dinge, die die Leistung bringen, sondern das Fokussieren auf kleine Sachen, die wahrscheinlich zu einem großen Teil total irrelevant sind für die Frage, ob du einfach in der Lage bist, eine Leistung zu bringen und das Team voranzutreiben. Was da vielleicht bei dem Konzept, das da irgendwie beschrieben wird, weil ich glaube, da wird ein Unternehmen selbst beschrieben oder irgendein Team wird da selbst beschrieben, die da das halt umgesetzt haben oder machen mit irgendeiner Art von Scorecard, ist das auf der einen Seite, und darüber reden wir auch oft, ist es einfach besser, sozusagen die Verantwortung für die individuelle Person zu übertragen, weil dann kann ich mit einem Time-Blocking-Prinzip arbeiten, wo ich dann, wie du es auch schon gesagt hast, dann reflektiere ich auch vielleicht für mich selber mit, naja, welche Prozesse sind mir locker von der Hand gegangen, wie kann ich vielleicht mich besser konzentrieren, wo kann ich vielleicht Deep-Work-Phasen einbauen, wo brauche ich noch Austausch mit anderen Menschen aus dem Team, wo brauche ich Unterstützung, wo dann, wie du auch gesagt hast, die Kommunikation und das Vertrauen sehr wichtig ist, weil dann kann ich in den Punkten zu meiner Führungskraft gehen und dann um Unterstützung bitten, das heißt, da ist das Empowerment und das Verantwortung übergeben wieder auf dieser individuellen Ebene angekommen. Der andere Punkt, den Sie halt auch erwähnen, den man tatsächlich rausheben muss, weil ich den spannend finde, wie ist das halt, es ist halt jetzt nur ein Satz, in dem das beschrieben ist, aber wir sind ja relativ kritisch oft gegen unreflektierte, sag ich mal, Teambesprechungen, die halt regelmäßig stattfinden, ohne dass es für alle Teammitglieder klar ist, wieso man denn diese Besprechung in kurzen Abständen regelmäßig machen muss. Heißt nicht, dass man keine regelmäßigen Teambesprechungen machen sollte, aber man muss im Blick haben als Führungskraft und kommunizieren, was denn der Benefit ist, für alle da dann teilzuhaben und wo man sich hinentwickeln kann. Was nämlich beschrieben ist, ist das, dass man sich über, anhand der Scorecard, freut man sich quasi gemeinsam über das, was man geschafft hat, was eine schöne Sache ist, würde ich argumentieren, und versucht dann natürlich dort, wie du es auch gesagt hast, eigentlich so in einer Retrospektive, man versucht halt die Sachen, die fehlgeschlagen sind, sag ich mal, auszumerzen oder zu verbessern. Das heißt, die zwei Dinge finde ich tatsächlich sehr gut, aber es ist halt wieder die Frage, ob das an eine Scorecard gebunden sein müsste, dieses gemeinsame sich über Erfolge freuen oder dieses gemeinsame Reflektieren über Dinge, die nicht geklappt haben. Also ich weiß nicht, wieso man das an so ein Tool anbinden müsste und wieso das nicht in vielleicht anderen Teamprozessen schon irgendwie vorhanden ist oder dass man das irgendwie anders managt. Aber das ist genau mein Punkt von vorhin. Also in einer reflexiven Einheit, und das muss man natürlich auch ein bisschen mit dem Team üben und diese Offenheit und vor allem, dass zuerst das Vertrauen und dann die Offenheit hineinkommt. Aber all das, ich habe mir gerade gedacht, ja, wenn du regelmäßig eine reflexive Einheit machst, dann kommt es gar nicht zu dieser Situation, dass du ein Schuh fix hast, wo alle Teammitglieder der Meinung sind, tu nicht böse und das ist komplett unnötig, weil das wird schon beim dritten Mal, wo das stattfindet oder so, wird schon einer sagen so, boah, ich weiß nicht, jetzt sitzen wir da immer eine Stunde die Woche zusammen und eigentlich, ich habe da nichts zu tun in dem Ding, warum sitze ich da eigentlich? Also das wird bei uns zum Beispiel total besprochen werden und dann, ja, na gut, schauen wir beim nächsten Mal noch, wie es ist oder so und wenn dann wieder drei Leute sagen so, du, für was tun wir das? Dann wird das einfach nicht passieren und ich habe heute zum Beispiel auch so eine lustige, eine große Überraschung erlebt, ich war mich noch eingeloggt in eine Besprechung in der Früh und die war halt nach sieben Minuten wieder vorbei und dann war die Überraschung groß, so, boah, ich habe jetzt aber kurze Besprechungen und das ist so, ja, wir haben einfach eine Besprechung, das ist eine regelmäßige Besprechung zu einem gewissen Thema, da werden die fünf Punkte abgearbeitet, die es gibt und dann sind wir fertig und dann gehen wir alle wieder und manchmal dauert es halt zehn Minuten, manchmal dauert es sieben Minuten und manchmal sind wir nach fünf Minuten einfach fertig und der Punkt ist halt, ja, was soll man denn machen? Soll man eine halbe Stunde beieinander sitzen und balabern? Wir sind ja nicht, und das kommt halt aus diesen, aus diesen Optimierungen heraus, nach denen man natürlich schon immer streben muss und ich weiß halt, ich sehe diese Scorecard in dem, in dem Bild irgendwie nicht, Ich finde ja, ich meine Optimierung ist ja sowieso ein gutes Stichwort dabei, wo man, glaube ich, in vielen Verständnissen ist man halt sehr schnell in diesem Effizienzfokus drin, wobei ich fast sagen würde, dass die Dinge nicht unbedingt das Gleiche bedeuten müssen in den Arbeitsprozessen, also ein optimierter Arbeitsprozess muss nicht notwendigerweise ein super effizienter Arbeitsprozess sein oder beziehungsweise in der Entwicklung von Teams und selbst wenn man das dann, wenn man vielleicht lange genug übernachteckt, dann kommt das Ganze natürlich einander wieder näher, aber wenn ich an so einen Artikel denke, kommt halt für mich einfach wieder dieses Stichwort Produktivität und wir müssen effizient sein und Scorecards, das muss alles abgecheckt sein, das muss jede Woche überprüft werden, das muss an unsere Ziele gebunden sein, das hat Keymetrics, das hat KPIs, das muss alles vermerkt sein und das ist aber nicht, das geht für mich in eine ganz andere Richtung als das, was du jetzt erzählt hast mit dem Meeting, weil da geht es ja nicht darum, dass ich so schnell wie möglich dieses Meeting, das muss jetzt kürzer als sieben Minuten sein, das nächste Mal schaffen wir bestimmt fünf Minuten, jetzt waren wir nur bei sechs Minuten, das ist schlecht, das müssen wir noch reduzieren, sondern es ist eine Sache von, naja, was wollen wir besprechen, die Fragen haben wir geklärt, was machen wir jetzt, naja, ich habe dort noch zu tun, und du hast dort noch zu tun, naja, dann gehen wir weiter oder von mir aus machen die noch fünf Minuten, holen uns einen Kaffee, aber dann machen wir weiter, also man muss ja nicht das irgendwie übertreiben auf wieder diese, das ist halt meine, diese schlechte Konnotation, die ich halt von sowas wie Scorecards habe, weil ich mir dann denke, dass da drin steht, wir müssen die Meetingzeit reduzieren um pro Woche um zweieinhalb Minuten, damit wir am Ende des Quartals ankommen bei einer Peak-Meetingzeit von 17 Minuten und 20 Sekunden und dann bekommen wir alles unter in den 17 Minuten, also da ist ja diese Mindset-Geschichte ist ja das, was da glaube ich sehr, sehr schnell schief laufen kann, worüber wir ja oft sprechen, dass man irgendwie, beginnen muss man beim Mindset, auch als Führungskraft, dass man mit einem sich das Mindset erst mal zurechtlegt und mit dem dann zum Team geht und nicht irgendwie blind in Strategien und Zielen und Metriken und Effizienz hineingeht. Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss für unseren kleinen Rant, den wir da gerade veranstalten, weil einfach, ja, also ich finde, du hast das alles nochmal gesagt, ich würde da wirklich jetzt sagen, passt, ja, es ist, genau, ja, nein, ich mag gar nicht mehr reingehen, warum, warum dieser, dieser Mini-Effizienz-Gedanke nicht sinnvoll ist, weil, und das ist unser Punkt, vielleicht ein Satz noch dazu, das ist halt unser Punkt immer, du musst von der Haltung her halt das entwickeln, du musst diese Kultur entwickeln, du musst für dich selber irgendwie klar haben, wie viel Vertrauen möchtest du schenken und ist dieses Vertrauen auf was aufgebaut oder machst du das Stückchen für Stückchen und aus dem heraus wirst du dann einfach für dich eine Linie finden und ich glaube, diese Linie, das hat sich einfach quer durchs Beet sozusagen gezeigt, diese Linie führt halt Richtung Erfolg und Mikro-Management ist außer für ein paar, die dann das total leibend finden, immer ein Problem und führt immer zu Unzufriedenheit und hält halt jeder so lang aus, wie er es halt aushalten muss. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das, haben diesen netten, kurzen Artikel nett und kurz überflogen und ein bisschen laut drüber nachgedacht, was dann da drin steht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann danke fürs Zuhören und bis bald. Bis zum nächsten Mal.